Guten Morgen, liebe Geschwister. Ich möchte mich bedanken bei allen, die für uns gebetet haben in diesen letzten Tagen. Wir sind reich gesegnet worden als Familie und Gottes Trost und Ermutigung ist mit uns. Wir sind dankbar für Gottes Wirken, für seine Liebe, für seinen Segen mittendrin in schwerer Zeit. Gott hat echt viel Gnade geschenkt und ist an der Arbeit und am Wirken. Danke, dass ihr für uns betet, für Susters Familie betet. Wir sind im Buch der Sprüche, Kapitel 18 und was wir gerade gesungen haben, dass die Arme Gottes weit offen sind, die Arme des Vaters weit offen sind. Wir haben es eben gehört, auch schon bei der Kindersegnung. Jesus' Arme sind weit offen, um die Kinder in seine Arme zu nehmen, um sie zu segnen. Und das ist auch Gottes Herz jetzt hier heute Morgen. Seine Arme sind weit offen. Und was hat Jesus gesagt? Wenn du nicht wirst wie ein Kind, dann wirst du nicht ins Reich Gottes kommen. Wenn du dich nicht in die Arme nehmen lässt von Jesus und dich segnen lässt, dann wirst du nicht in das Reich Gottes kommen. Der Vater möchte dich so gerne segnen. Er möchte dir all seine Güte, seine Liebe zeigen. Aber dafür musst du deine Distanz aufgeben. Wir machen ja alle jetzt Social Distancing. Alles schön distanziert. Kommt unserem deutschen Wesen so entgegen. Immer schön distanziert. Aber Gott wirst du nicht erleben. Seine Liebe und seine Gnade und seine Barmherzigkeit wirst du nicht erleben, wenn du distanziert bleibst. Jesus hat so ein schönes Gleichnis da von zwei Söhnen und einem Vater erzählt. Und einer dieser Söhne, der ist weggelaufen. Er wollte Distanz. Er hat eine riesige Distanz aufgebaut zu seinem Vater, um sein eigenes Leben zu leben. Aber die Güte und Barmherzigkeit und Liebe seines Vaters haben ihn nicht losgelassen, sodass er zurückgelaufen ist, zurückgegangen ist. Und sein Vater ist ihm entgegengekommen mit offenen Armen und hat ihn in die Arme geschlossen. Aber da war ein anderer Bruder. Er stand daneben. So. Es gibt so schöne Bilder auch von dieser Szene, wo der verlorene Sohn nach Hause kommt und der Vater in die Arme schließt. Und du siehst den zweiten Bruder, den zweiten Sohn, so distanziert daneben stehen. Ah, was ist das hier? Ich weiß nicht, wo du stehst heute Morgen hier. Ihr sitzt ja alle, ne? Ihr steht ja gar nicht. Aber wir haben einen Standpunkt. Wir stehen in einem bestimmten Verhältnis zu Gott. Wo bist du gerade? Bist du in den Armen des Vaters? Im Zentrum seiner Liebe? Bist du sein Kind in seinen Armen gesegnet, geliebt, getragen? Empfängst du seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit? Oder stehst du noch distanziert? Gott möchte dich so sehr, so gerne in seine Arme schließen. Und wenn wir jetzt sein Wort lesen, die Sprüche, dann sind das hier Weisheitssprüche eines Vaters an sein Kind. Dann sind das Gottes Worte, Gottes Weisheitsworte an uns, seine Kinder. Aber diese Worte werden an dir vorbeirauschen. Sie werden dir nichts bringen, wenn du nicht zuerst dich in die Arme schließen lässt von der Liebe deines Vaters. Deines Vaters im Himmel. Und wisst ihr, diese Liebe, sie hat ihm ja so viel gekostet, ne? Die ausgestreckten Arme, das sind die Arme Jesu am Kreuz. Das hat es ihm gekostet, solch weite, offene Arme für uns Sünder zu haben. So komm, sagt das Lied, komm zum Altar, komm zu dem Vater und lass dich in die Arme schließen. Bleib nicht distanziert. Auch dem zweiten Sohn ist der Vater entgegengekommen. Er ist hinausgekommen mit offenen Armen und hat gesagt, komm doch hinein zum Fest. Hab doch Teil an der Güte, an der Liebe, an der überfließenden Freude. In unserer Familie, du bist doch Teil unserer Familie. Du bist doch auch ein Sohn. Komm hinein und hab Teil an dieser wunderbaren Liebe. Bleib nicht abseits stehen und guck dir an, wie die anderen in die Arme Gottes fallen, sondern fall selber hinein in die Arme deines Gottes, deines Vaters. Erlebe, erfahre den Segen und die Liebe deines Gottes. Er möchte es dir so gerne schenken. So gehen wir jetzt hier in die Sprüche, Kapitel 18, Vers 3 und bevor wir das machen, beten wir kurz. Vater, wir danken dir, dass deine Arme offen sind für jeden von uns hier. Du kennst jeden Einzelnen von uns. Du siehst, wo wir dir gegenüberstehen. Überstehen, ob weit entfernt und distanziert oder ganz nah. Danke, dass du mit deiner Liebe uns alle in deine Nähe ziehen willst. Dass du uns alle umarmen möchtest. Dass du jeden Einzelnen hier mit deiner Liebe überschütten möchtest. Und dass du uns so viel Gutes, so viel Segen, so viel Weisheit schenken möchtest, auch durch dein Wort jetzt. Und hilfst du uns, dass wir offene Herzen und offene Ohren haben, dir jetzt zu begegnen und von dir zu hören in deinem Wort. Amen. Sprüche 18, Vers 3. Kommt ein Gottloser, kommt auch Verachtung und mit der Schandtat die Schmach. Die Sünde hat im ersten Moment, sieht sie vielleicht verlockend aus. Sie schmeckt süß. Aber am Ende stehst du belämmert da. In Schande, in Schmach. Dann ist es peinlich. Dann versteckt man sich. So wie Adam und Eva. Sie haben von der Frucht genommen, haben hineingebissen. Es war so verlockend. Es war eine Lust für die Augen. Es war begehrenswert. Ja, man kann Einsicht gewinnen. Ich beiß hinein. Und was kam dann? Das Erwachen, das böse Erwachen. Sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie schämten sich. Sie versteckten sich. Sie hatten Angst. Es war peinlich. Kommt ein Gottloser, kommt Gottlosigkeit. Dann kommt auch Verachtung und mit der Schandtat die Schmach. Lass dich warnen davor. Lass dich nicht täuschen, wie Eva von der Schlange getäuscht wurde. Lass dich nicht täuschen. Schandtat bringt Schmach. Gottlosigkeit bringt Verachtung in dein Leben hinein. Vers 4. Tiefes Wasser sind die Worte aus dem Mund eines Mannes. Ein sprudelnder Bach. Eine Quelle der Weisheit. Gott vergleicht ganz oft unser Reden mit dem Wasser. Unsere Gedanken in uns sind wie das Grundwasser. Und dann, wenn diese Gedanken dann zutage treten, wenn sie an die Oberfläche kommen, dann ist das die Quelle, wo das Grundwasser hervortritt und heraussprudelt. Und so kommen die Worte aus unserem Herzen, aus unseren Gedanken hervor, wie das Grundwasser hervortritt, durch die Quelle an die Oberfläche tritt. Und dann können Menschen davon trinken. Aber was trinken Menschen, wenn sie unsere Worte hören? Ist das eine Quelle der Weisheit? Was sprudelt hervor aus unserem Innern? Lass uns mal ein paar Verse aus Jakobus dazu lesen. Jakobus 3. Jakobus spricht über die Zunge. Über das Organ, mit dem wir sozusagen diese Worte formen und dann aussprechen. Es gehört natürlich noch mehr dazu, die Stimmbänder und alles, aber er nimmt jetzt die Zunge als dieses Organ, dieses kleine Ruder, durch das ein großes Schiff bewegt wird. Er nimmt viele verschiedene Bilder, um zu zeigen, wie stark, welche große Macht dieses kleine Organ hier hat. Die Zunge. Du kannst so vieles damit bewegen. Und dann nimmt er eben auch dieses Bild von dem Wasser. Und er sagt erstmal in Vers 9, mit der Zunge preisen wir den Herrn und Vater. Das, was wir eben gemacht haben. Wir loben und preisen Gott mit unserer Zunge. Wir singen. Wir beten. Wir reden von Gott und preisen ihn. Das ist doch was Gutes, was Schönes. Gott hat uns die Zunge gegeben. Unsere ganze, die ganze Möglichkeit und Fähigkeit zu sprechen und zu singen, hat er uns gegeben, damit wir ihn preisen, damit wir ihn verherrlichen, damit wir ihn anbeten. Aber Jakobus redet weiter und sagt, mit der Stimme oder mit der Zunge preisen wir den Herrn und Vater, aber mit der Zunge fluchen wir auch den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Und da zeigt uns Jakobus hier so ein Gegensatz. Segen und Fluch, Lobpreis und Schimpf und Schande. Wir sprechen diese Dinge mit derselben Zunge aus. Und er steigert diesen Gegensatz noch dadurch, dass er sagt, wisst ihr, das eine ist Gott und Gott gegenüber sprechen wir so schöne und gute Sachen aus. Aber dann einem Menschen gegenüber sprechen wir so hässliche, finstere Dinge aus. Aber dieser Mensch, der ist nicht losgelöst von Gott, sondern er ist nach dem Bilde Gottes geschaffen. Er hat eine Würde, die Gott ihm gegeben hat. Du kannst nicht einfach über Gott hinweg gehen, so haben wir das auch in den Sprüchen gelesen. Wer den Armen flucht, der flucht seinem Schöpfer. Gott verbindet sich mit seinen Menschen. Er hat uns Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Und wenn du etwas einem Menschen antust, dann tust du es Gott selbst. Wir fluchen dem Bild Gottes. Aus demselben Mund gehen Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Wie ist es, wenn du eine Quelle hast, wo Wasser hervorsprudelt? Wisst ihr, wenn diese Quelle vielleicht zwei Quellen sind, da sind vielleicht zwei Wasser, die hervorkommen. Und sie treffen sich aber in einer Öffnung, in einer Quellöffnung. Was passiert dann? Da ist ein Wasser, das ist rein, reines Quellwasser. Es sprudelt hervor und kommt aus dieser Öffnung, aus dieser Quelle hervor. Und dann ist aber eine andere Wasserquelle, ein anderes Wasser, das ist verunreinigt. Und es sprudelt und kommt hervor an derselben Öffnung. Was passiert dann? Was ist dann mit dem Wasser, was aus dieser Quelle hervorkommt? Was ist das für ein Wasser? Es ist kein reines Wasser mehr. Es ist verunreinigt. Das reine Wasser wird von dem unreinen Wasser verunreinigt. Deswegen sagt Jakobus, es kann nicht sein, aus einer Quelle kann nicht gleichzeitig bitteres und süßes Wasser herauskommen. Und selbst wenn du Gott lobst und preist, dein Lobpreis ist in Gottes Ohren nur geplär. Sagt er in Amos, im Propheten Amos gibt es diesen krassen Vers. Müssen wir uns als Lobpreiser, als Anbetungsmusiker und als lobpreisende Gemeinde immer wieder hinter die Ohren schreiben. Er sagt, schafft das gepläuerer Lieder von mir weg. Und er meint damit nicht irgendwelche Saufgesänge, sondern er meint die Lobgesänge im Tempel. Warum will Gott diese Lieder nicht hören? Weil sie nicht übereinstimmen mit dem Leben. Gott möchte angebetet werden zuallererst durch unser Leben und dann durch unseren Mund. Unsere Anbetung soll von Herzen kommen, im Geist und in der Wahrheit. Die Wahrheit gebietet aber auch, dass ich mit meinem Mund nicht beides gleichzeitig tun kann. Ich kann nicht Gott loben und preisen, ihn verherrlichen, ein frommer Mensch sein, ein frommer Christ und auf der anderen Seite meinem Nachbarn verfluchen. Es geht nicht. Und er ist vor Gott nicht mehr wohlgefällig. Wenn ich aber Buße tue über die Verfehlungen meiner Zunge, wenn ich um Vergebung bitte, um Reinigung und Erneuerung, dann will Gott mir helfen durch den Heiligen Geist. Dann wird die unreine Quelle gereinigt. Und ich werde dazu befähigt, dass aus beidem, in beidem, in meinem Reden, in der Gemeinde, in meinen Gebeten und auch in meinem Reden, meinem Nächsten gegenüber, dass Reines hervorkommt, Gutes hervorkommt, dass die Quelle Weisheit sprudelt, sodass Menschen von unseren Worten trinken können. Vielleicht nehmen wir das mit als ein Bild, dass unsere Worte eine Quelle sind für andere. Was können sie davon trinken, von diesen Worten? Können sie ihren Durst stillen? Oder werden sie verunreinigt von unseren Worten? Und dafür ist es wichtig, dass das Grundwasser gereinigt ist. Jesus hat gesagt, das, was im Herzen ist, kommt heraus aus dem Mund. Du kannst dir nicht vornehmen, ja, ich will ja ab heute nur noch gute Worte sagen. Funktioniert nicht. Dein Herz muss gereinigt werden. Die Quelle, wo deine Gedanken heraufkommen und dann sich kundtun in dem, was du sagst. Diese Quelle muss gereinigt werden. Deswegen sagt Jesus, selig die reinen Herzens sind. Sie werden Gott schauen. Dein Herz muss gereinigt werden. Deswegen ist es immer wieder wichtig, dass wir zu Gott kommen und sagen, Herr, prüfe mein Herz, erkenne meine Gedanken, das tiefste Innerste in mir. So gut kenne ich mich selber nicht. Ich verstehe mich selber nicht. Warum sage ich denn diese Dinge? Herr Gott, du kennst mich. Reinige mich. Prüfe mich. Reinige mich durch dein Blut. Dafür hat Jesus sein Blut vergossen, damit unsere Herzen, unsere Gedanken gereinigt werden, sodass Gutes aus uns hervorquillt. Dass wir eine Quelle der Weisheit sind, die Worte unseres Mundes. Gehen wir zurück zu Sprüche 18. Es ist nicht gut, die Person des Gottlosen anzusehen, um den Gerechten abzuweisen im Gericht. Ja, da geht es um das Gericht. Und Gott sagt, es ist gut, wenn Gutes auch gut genannt wird und wenn Gutes belohnt wird und es ist gut, wenn Böses bestraft wird. So soll es sein. Das ist das gerechte Gericht und dieses gerechte Gericht wird kommen. Gott wird dieses gerechte Gericht bringen. Aber auf Erden ist es oft nicht so. Wir haben viel mit Ungerechtigkeit zu tun in dieser Welt. Und da passiert es immer wieder, dass einer, der gottlos handelt, nicht gerichtet wird. Das Gericht trifft ihn nicht. Und das ist nicht gut in Gottes Augen. Gott sagt, das ist nicht gut. Und Gott wird das zurechtrücken. Aber ereifere dich nicht über den Bösen. Gott hat zu seiner Zeit wird Gott das zurechtrücken. Du musst das nicht zurechtrücken. Sondern Gott wird das zurechtrücken. Aber nur weil diese Dinge in dieser Welt passieren, heißt es nicht, dass Gott die Augen davor verschließt. Nein, er sieht diese Dinge und es ist nicht gut. Nur weil wir Dinge aushalten, heißt es nicht, dass wir sagen, es ist okay, es ist gut. Nein, es ist nicht gut. Aber wir sind berufen, Gutes zu tun, Böses mit Gutem zu vergelten, zu segnen, wo wir geflucht werden, wo uns Unrecht getan wird, trotzdem Gerechtigkeit zu üben. Unabhängig davon, ob gerechtes Gericht gesprochen wird hier in dieser Welt. Lass uns aber beten, wir sollen für die Obrigkeit beten und wisst ihr, das sind nicht nur die Regierenden, das sind nicht nur die Kanzler und Minister und Ministerpräsidenten und Regierungen in Bund, Land und Stadt, sondern lasst uns auch für die Richter beten, sie sind auch von Gott eingesetzt, um das Gute zu belohnen, das Böse zu bestrafen. Lass uns für die Richter beten, dass sie gerechtes Gericht ausüben. Lasst uns beten für Geschwister, die als Richter arbeiten. dass sie mutig sind, gerechtes Gericht zu sprechen. Wir gehen weiter in Vers 6, die Lippen des Toren kommen an mit Streit und sein Mund schreit nach Prügel. Ja, manches Wort, manches unbedachte Wort hat schon so einen heftigen Streit ausgelöst, oder? Und du kannst meistens ein Wort, was aus deinem Mund rausgekommen ist, kannst du nicht wieder, du würdest es am liebsten wieder zurück, nee, kommt nicht wieder zurück und plötzlich ist der heftigste Streit da. Ja, eine Schlägerei fängt an, wegen einem unbedachten Wort. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unsere Quelle reinigen, sodass da Gutes hervorkommt, dass wir nicht die Toren sind, die mit ihrem Reden einen Streit anfangen oder eine Schlägerei auslösen. Sondern dass unsere Worte entgegengesetzt friedensstiftend sind, Versöhnung bewirken. Der Mund des Toren wird ihm zum Verderben und seine Lippen sind eine Falle für seine Seele. Ja, am Ende wird es so sein, dass das Wort, was du gesprochen hast, das unbedachte Wort, das so rausgeplatzt ist. Du wirst darin selbst gefangen werden. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen. Sie gleiten hinab in die Kammern des Leibes. Verleumdung ist sowas Furchtbares. Es wird so schnell über Menschen geredet und negativ, selten positiv. Wenn du die Nachrichten dir anschaust, immer viel über das, was Menschen alles gemacht haben und was sie alles falsch machen und was sie alles böses tun. Und ja, die Skandale, die Skandale, das gibt eine ganze Rubrik immer, da geht es um die ganzen Skandale, um die ganzen Menschen, was sie alles irgendwie wieder dann, wie sie sich daneben verhalten haben. Und ja, Menschen saugen das begierig auf, es sind Leckerbissen für uns. Warum? Warum ticken wir so? Weil uns das ein Gefühl von Größe und Stärke gibt, wenn wir die Schwächen und Fehler anderer sehen. Wir erheben uns dann selber über sie und können herabschauen und sagen, ja, die, die sind ja so schlimm, jetzt haben die schon wieder angestellt. Und wir saugen das begierig auf. Aber manchmal ist es völlig falsch, was da erzählt wird, was da berichtet wird. Das sind Verleumdungen. Das ist gar nicht die Wahrheit. Aber wir saugen das auf. Wir nehmen das auf. Wir prüfen das nicht. Geschwister, aber wir sind berufen dazu, zu prüfen. Prüft alles, Gute behaltet. Das gilt für Prophetie, das gilt aber für alles reden. Prüft alles, das Gute behaltet. Es werden so viele Nachrichten rumgeschickt. Du hörst so vieles. Prüft alles, das Gute behaltet. Das Wahre, das Echte, nicht die falschen Botschaften. Lass dir nicht ein falsches Bild über deine Mitmenschen aufdrücken, aufdrängen. Verleumdung, die wollen dir ein falsches Bild vermitteln. von einem anderen Menschen. Gott möchte aber, dass du in Liebe deinen Mitmenschen begegnest und die Liebe, die sucht nach der Wahrheit, die trachtet nach der Wahrheit und die sucht das Gute, nicht das Böse, nicht das Schlechte. Also lass diese Verleumdungen nicht ein Leckerbissen für dich sein, sondern im Gegenteil, lass es etwas Ekliges für dich werden, was du ausspuckst. Jetzt hier ein schöner Vers, Kapitel 18, Vers 10, ein richtiger Diamant, ein fester Turm ist der Name des Herrn, zu ihm läuft der Gerechte und er ist in Sicherheit. Das ist Sprüche 18, Vers 10. Wir singen es auch als Lied. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it. They are safe. Bei den Richtern gibt es so eine wunderbare Geschichte, wo der König Abimelech, ein Nachkomme von Gideon, Er hat seine ganzen Brüder umgebracht und er wollte die Herrschaft an sich reißen und dann hat er diese eine Stadt belagert und dann haben die Leute sich in diesen Wehrturm zurückgezogen und das waren solche Wehrturme, gab es auch in Deutschland in früheren Zeiten, wo eine Stadt sich verschanzt hat und sie sind dann nach oben gegangen und konnten dann von oben auf ihre Feinde herabschauen und nicht nur herabschauen, sondern sie konnten heißes Öl auf sie gießen oder in dieser Geschichte ist es so, dass eine Frau, ich weiß nicht, was das für eine Frau war, die hatte solche Muckis und die hat einen Mühlstein genommen und hat ihn über die Kante rüber geschmissen und sie hat genau den Anführer, den König, den Abimelech getroffen. Bums, platt war er. Hinüber und damit war der Krieg vorbei. Der Anführer war erledigt. Der Turm ist die Sicherheit, die Geborgenheit, der Schutz. Was sagt das Wort hier? Der Name des Herrn ist dieser Schutz für dich. An vielen Stellen in der Bibel, im Alten Testament durch die Propheten und dann auch im Neuen Testament, wir sehen es bei Petrus in der Apostelgeschichte, er spricht öfter in seinen Predigten davon, er zitiert diesen Vers, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Was ist dieser Name, der überall Namen ist, sagt Petrus? Es ist der Name Jesus, Yahweh, der uns rettet, unser Retter. Ruf den Namen des Herrn an, wenn du in der Not bist. Rufe mich an in der Not und ich will dich retten und du wirst mich preisen, das ist Gottes Verheißung im Psalm 50. Rufe ihn an, es geht hier nicht um ein magisches Wort, dass du dieses Wort aussprichst und dadurch irgendwie eine Zauberei geschieht, nein, es ist, dass du den rufst, die Person rufst, der dein Herr ist, dein Retter, dein Vater. Wenn ein Kind in Not gerät, dann ruft es sein Vater, Papa, komm, hilf mir. Was macht der Papa? Wenn das Kind irgendwie in ein tiefes Wasser gefallen ist und das Kind kann nicht schwimmen, was macht der Papa? Er steht da und sagt, seh mal zu, wie du da rauskommst. Ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich muss jetzt hier auf meinem Handy was machen. Nein, der Vater in seiner Liebe zu diesem Kind, was macht er? Er springt ins Wasser und holt sein Kind heraus aus der Todesgefahr. So ist unser Gott. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden, wird Rettung finden, wird Heil, wird Segen, wird Hilfe finden. Glaubst du das? Hast du das erlebt? Wenn du mal Mut hast, dann komm mal nach vorne in den nächsten Gottesdiensten und gib da mal Zeugnis von. Kommst vorher zu mir, sagst mal Bescheid, hier, ich möchte mal erzählen davon, wie ich in Not geraten bin und wie Gott mich da heraus gerettet hat. Der Name des Herrn ist wie eine Festung, ist wie ein sicherer Turm. Zu ihm läuft der Gerechte und da kannst du dich selber bin ich? Bin ich ein Gerechter oder bin ich ein Gottloser? Was mache ich denn, wenn ich in Not gerate? Ist das Erste, was ich tue, ist das Beten? Ist das Erste, was ich tue, zu Gott schreien? Oder laufe ich irgendwo anders hin? Wisst ihr, der verlorene Sohn, als er noch verloren war, als er noch so distanziert von seinem Vater war, wisst ihr, was er gemacht hat in seiner Not? Er hängte sich an einen Bürger des Landes. Was hat dieser Bürger des Landes gemacht? Er hat gesagt, schön, wenn du Arbeit haben willst, gerne, geh zu meinen Schweinen, die kannst du hüten. Ja, kann ich, ich brauche, aber ich habe so einen Hunger, kann ich nicht was essen? Nee, 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 du musst erst mal arbeiten, dein Gehalt kriegst am Ende Schweinefutter ein bisschen was ab. Nee, 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 das ist für die Schweine. Du kriegst nichts. So behandelt uns der Fürst dieser Welt. So behandeln uns die Lösungen und die Hilfen, die diese Welt zu bieten haben. Aber unser Gott, er ist ein Retter in der Not. Er liebt es, uns zu retten. Das ist sein Name, Jesus, der Gott, der uns rettet. Er rettet uns von der ewigen Verdammnis. Durch sein Tod am Kreuz von Golgatha, durch sein Blut hat er uns gerettet vor der ewigen Verdammnis, vor dem ewigen Zorn Gottes über unsere sündhafte Natur. Aber er rettet uns auch aus allen großen und kleinen Nöten unseres Lebens. Er liebt es, uns zu retten, uns zu helfen. Und deswegen schreit der Gerechte zu Gott. Das ist seine Sicherheit. Meine Sicherheit ist, dass Gott mit mir ist. Der Gott, Himmel und Erde geschaffen hat. Er ist für mich. Wer kann dann gegen mich sein? Das ist meine Zuversicht. Das ist meine Gewissheit, meine Sicherheit. Was steht hier aber in Vers 11? Das Vermögen des Reichen ist seine feste Stadt und wie eine hochragende Mauer in seiner Einbildung. Menschen nehmen zu anderen Dingen Zuflucht, zu Reichtum, zu Wohlstand. Ich bin gut versichert, mir geht's gut, ich brauche keinen Gott. Meine Rente ist sicher, ich habe einen super Aktienfonds und dann plötzlich stürzt der Kurs ein. Absturz, Black Friday, zack, alles was du hast ist weg. Vielleicht sagst du dir, naja, ich habe ja nicht auf Aktien gebaut, ich habe, es ist ja alles unsicher, auf der Bank kriegst ja auch nur noch Negativ Zinsen, also ich bring mein Geld, ich habe mein ganzes Geld unter die Matratze gepackt, eine Million Euro, davon werde ich einen guten Lebensabend haben. Hat Peter letztes Mal erzählt, der reiche Tor, habe ich einen guten Lebensabend und dann kommt die Hyperinflation und plötzlich ist diese eine Million Euro nur noch zehn Cent wert und das hat es gegeben, das haben Menschen erlebt in diesem Land vor 100 Jahren, vor 100 Jahren, plötzlich innerhalb von Wochen, zack, war das ganze Geld entwertet, nichts mehr, dein ganzes Sparguthaben, alles was du irgendwie angehäuft hat, auch dein Geld unter deiner Matratze, nichts mehr wert, deine ganze Sicherheit ist weg, das sind doch Toren, Narren, die ihre Sicherheit darin suchen, in den Vergänglichen, vor dem Sturz will das Herz des Mannes hoch hinaus, aber der Ehre geht Demut voraus, Gott widersteht den Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade, haben wir oft drüber gesprochen, wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande, also bitteschön, bevor du antwortest, denk erst mal nach, sei langsam zum Reden, schnell zum Hören, gibt nicht immer gleich Antwort, wisst ihr, Geschwister, ich kann euch nur ermutigen, in Situationen, wo ihr hingerissen werdet, Dinge zu sagen, die vielleicht nicht dran sind, nehmt euch doch Zeit, man kann immer einem Menschen sagen, du, das was du jetzt gesagt hast, da muss ich erst mal drüber nachdenken, ich sag da jetzt erst mal nichts zu, ich nehme das erst mal mit, das sollten wir viel öfter machen, dass wir wirklich das, was wir hören, erst mal wirken lassen und darüber nachdenken, so schnell sind wir aber so voll von uns selbst, dass wir gar keinen Platz haben für die Botschaften, die Nachrichten, die wir von anderen bekommen, wir wollen nur unsere Sache erzählen, Lass uns Raum haben in unserem Herzen für unseren Nächsten, lass uns Raum haben für Gottes Reden und auch für das Reden unseres Nächsten, sodass wir nicht immer gleich los platzen, sondern erst zuhören und dann antworten. Eines Mannes Geist erträgt seine Krankheit, aber einen niedergeschlagenen Geist, wer richtet den auf, wisst ihr, unsere geistliche Gesundheit ist viel wichtiger als unsere körperliche Gesundheit. Wenn du körperlich krank bist, aber einen gefestigten, gestärkten Geist hast, dann kannst du die Krankheit ertragen, dann kannst du auch Schmerzen ertragen. Ein Mensch kann so viel ertragen, erdulden. Am stärksten sehen wir das in Jesus, am Kreuz von Golgatha. Was hat er alles ertragen? In Liebe, in Geduld. Wo er geflucht wurde, hat er gesegnet unter den größten Schmerzen und Entbehrungen. Wie war er fähig dazu? Manche sagen, das ist ja Jesus, der ist ja Gottes Sohn, der kann das, ich kann das nicht. Wir sehen noch jemand anders hier und damit schließen wir heute 2. Korinther 3, äh 4, 2. Korinther Kapitel 4. Vers 16 Paulus, ein Mann wie du und ich, ein Mensch, er sagt, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Eine wunderbare Erfahrung. Wisst ihr, es ist ja ein Wunder, dass unser Körper immer wieder, der wird ja auch immer wieder erneuert, also die Zellen, Zellen sterben ab, aber sie werden auch wieder neu, so wird alle 7 Jahre unser ganzer Organismus irgendwie erneuert, so circa, also es ist natürlich noch mal ein bisschen anders, aber so ungefähr als Faust Formel. Alle 7 Jahre sind alle deine ganzen Zellen wieder neu. Du bleibst natürlich derselbe, aber trotzdem bist du eigentlich jemand völlig anders. Aber das lässt nach mit der Zeit, diese Erneuerungs Funktionen des Körpers und dann fängt es an mit der Aufreibung des äußeren Menschen, Krankheiten, Verletzungen, alles Mögliche, was uns dann so betrifft und wo wir dann nicht mehr die Kraft haben, wo dann nicht wieder alles erneuert wird, sondern wo Verschleiß da ist, Verschleiß im Knie, Verschleiß in den Hüften, Verschleiß in den Schultern, das Herz, die Lunge, dann kommt noch Corona und dann ist man völlig hinüber. Es vergeht alles, der äußere Mensch sagt, Paulus hier wird aufgereben, aber der innere Mensch Tag für Tag erneuert, diese Erneuerung, die unser Körper eigentlich auch hat, das ist derselbe Gott, der unseren Körper geschaffen hat und unseren Geist geschaffen hat und der Körper zerfällt, er gehört zum alten Menschen, der dem Gefallenen Adam und er zerfällt, aber der innere Mensch, der heilige Geist, den wir empfangen haben, als wir gläubig geworden sind, er ist eine Quelle, die unseren Geist erneuert und erneuert und erneuert. So bleibt ein Mensch jung, wenn er dem Herrn vertraut. Junge Männer werden müde und ermatten, aber die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft, dass sie auffliegen wie Adler. Deine Jugend wird erneuert, wird uns gesagt. Worauf bezieht sich das? Es bezieht sich auf unseren inneren Menschen, nicht auf unseren äußeren Menschen. Und Paulus sagt, das erlebe ich so, denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Paulus sagt, da gibt es zwei Sichtweisen. Es gibt den äußeren Menschen und der wird bedrängt. Der erlebt Bedrängnis, Zerstörung, Vergänglichkeit. Aber er sagt, durch den Geist Gottes erkenne ich, durch diesen gestärkten Geist erkenne ich, dass das vorübergehend ist. Das ist nur eine kurze Zeit. Das ist eigentlich leicht. Woran erkenne ich das? Weil ich sehe, Paulus sagt, ich sehe im Geist die Herrlichkeit, die ewige Herrlichkeit, die Gott uns bereitet hat. Ich sehe diese Herrlichkeit, sie ist über die Maßen überreich. Sie hat ein ewiges Gewicht. Die Waage schlägt aus zur Ewigkeit hin. Hier ist die Vergänglichkeit, unser diesseitiges Leben in dieser Welt, das materielle Leben, es vergeht, es ist kurz. Ja, du hast Leiden, du musst durch Leiden hindurch gehen, durch Schmerzen, aber das ist nur eine kurze Angelegenheit, eine leichte Geschichte. Dagegen, die Herrlichkeit, die du empfangen wirst in der Ewigkeit, die ist so groß, die stärkt Paulus seinen Geist. Der Heilige Geist bezeugt ihm, du bist ein Kind Gottes, du hast ewiges Leben, Gott teilt mit dir seine Ewigkeit und das macht mich stark im Inneren, dass ich sehe, ja, diese kurze Zeit des Leidens, das ist nur eine kurze Zeit, aber da ist eine Ewigkeit. Vater, wir danken dir, dass wir so gestärkt durch unser Leben gehen können, dass du uns stärken möchtest durch deinen Geist, dass wir auch schwere Leiden durchleben können, dass wir sie ertragen können, ja, selbst in den Tod und in das Sterben hineingingen können, getrost, wie Paulus das beschreibt, weil wir wissen, dass du mit uns bist, dass deine Liebe stärker ist als der Tod, dass du uns nie fallen lassen wirst, nein, du wirst uns sogar beschenken, mit ewiger Herrlichkeit, mit ewiger Freude und lasst du uns wirklich so nicht auf das Sichtbare schauen, sondern auf das Unsichtbare. Wir wollen uns bergen in deinem Namen, in deiner Gegenwart. Herr, auch wenn wir dich jetzt nicht sehen können, wir werden dich sehen, von Angesicht zu Angesicht. Und auch wenn du unsichtbar bist und wir dich nicht sehen, so bist du doch die viel bessere, viel größere Sicherheit als alles Sichtbare, alles, was wir anfassen können, alles, was wir in Händen halten können. All das wird vergehen, aber du bleibst. Du bist unsere Sicherheit, du bist unsere Rettung, du bist unser Heil. Wir preisen dich und beten dich an, Herr, und bitten einsenkst, dass du unsere Herzen reinigst von allen falschen Gedanken über dich und über unser Leben. Wir beten, dass du uns ausrichtest auf dich, Herr, dass du uns durch deinen Geist sehen lässt, immer wieder, wie groß und wunderbar und herrlich die Ewigkeit ist, die du uns schenkst, die ewige Gemeinschaft mit dir, sodass wir Kraft und Mut haben, auch Bedrängnis, Schmerzen, schwere Zeiten zu durchstehen und dich dabei zu preisen und unseren Mitmenschen zu segnen. Amen.